This is my new Bat Detector with an ultrasonic microphone, the frequency button and the volume. I'm riding to the park nearby to catch some Bats. The Bat Detector. I'm standing here in the Christiansen Park with my Bat Detector. It's very windy, not sturmish, so that's the same noise. I've seen some Fledermäuse and heard. Very schön. Wir haben sicherlich Windstärke 6 in Böen. G europäische Themen sind in Böen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.